Willkommen Leute zu The Legend of Zelda Link's Awakening DX im TOGETHER Mit... Mit mir! Mit dem Rikimania Wer, wer, wer? Rikimania? Ja, ja Was? Na, mein Löten Cheatbüttel Scheißhaufen Ja Na, du kleiner Scheißhaufen, was geht ab bei dir? Wo geht denn? Was geht ab, ey? Warst du auch mit ihrem Kutter heute ordentlich gewesen, du? Alles an was geht DAS IST NICHT DEIN ERNST Hm Oh, jetzt fängst du bei mir an zu regnen ALTER Warte, warte Warte, warte Wenn's mal doll erregnet, ne, dann hör ich das ja auch Ich wohne ja hier so unterm Dach Sozusagen Wenn das so auf das Dach prasselt, wie scheiße Das ist halt nie so, ne? Wenn du so drei Herzen hast Ist halt irgendwie... Alter Alter Okay, wir kriegen einen richtigen Rikifahrt Oh, das müsste aber reichen Ach, das gibt es doch nicht Alter, der Park geht gleich in einer halben Stunde Scheiße Komm jetzt geh doch down, du blödes Kack Mann, du hast ja eine tolle Flöte Willst du mich beim singen? Flöte Ach, Rikki Entschuldigung Ja, komm Rikki Scheiße, geht weg Wie zu, dass du den Jinder kaputt kriegst mit deinem Einherz Schaffst du eh nicht Wollte ich ihn jetzt angreifen, ne? Nein Und da ist er down Da ist er down Ganz überraschend Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar getroffen hast, aber bei mir sah es aus, der ist kurz davor verreckt Hab ich auch Wer ist ein Idiot? Mann Wieso? Wieso? Oh mein Gott Das geht voll ab Ja, Funky Walross Ich hör nicht Ich hör nicht Ich hör nicht Funky Walross Oh Mann, ich hätte den Tod hier gerne gehört Oh oh Funky Walross Das ist bestimmt ungefähr so Ungefähr Nur, dass es nicht ganz so sterbend anhört Nein Ja 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 Yes 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 Oh Oh ja Scheiße, warum hab ich das denn auch berührt? Dieses Warum hab ich das denn... Oh Ich bin ein Idiot Hallo Warum bin ich so ein Idiot? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ja Was? Was? Was ist denn jetzt gemacht? Ich wusste... Ich ging noch nicht mehr weiter Hä? Riki, okay, jetzt ist der Moment Guck in die Komplettlösung Guck mal nach Alle guten Dinge sind drei War wohl schon... Versuch vier Glaube ich nicht Das ist doch nicht wahr Ja Jetzt Gut, dass du das auch noch machen musst wahrscheinlich Ich Ich bin gespannt, wie es bei dir funktioniert Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das war dumm Das war... Alter Er hat mich nur so weit gelassen, weil er wusste... Scheiße, weil er wusste, dass das passiert Ja Boah Alter Nein Ich kann ein Bild schwarz machen, das ist nicht das Problem Das kannst du? Ja Also hätte ich das jetzt gemacht... Ich google, ich google einfach schwarz Ein schwarzes Bild, Riki Und das klasch ich da drüber Das habe ich schon mal gemacht, als ich ein schwarzes Bild brauchte Weil ich nicht wusste, wie ich in Photoshop einfach mal alles schwarz machen kann Ein schwarzen Hintergrund Da habe ich mir schwarzen Hintergrund einfach gegoogelt Alter, Wollo Ja, das war ganz in meiner Anfangszeit Hast du den Jump gesehen? Meine Fresse Wie ein junger Gott Alter, Schwede, habe ich ihn gebumst Es ist nicht vorhanden Ich weiß Ich habe kein Gedächtnis Äh Setz dich auch voraus, dass man ein Hirn haben müsste Bam, Skill pur Bam, bam Hier Boah, geil, geil Das Movement, Alter Einsam Movement Lade es doch erstmal auf der einen Seite auf Mach ich doch Mach ich das Das geht doch nicht Das geht Das geht nicht Was tust du? Warum Wollo Warum Du bist der Scheiße Was ist denn das? Weiß ich nicht Das ist doch grausam Du musst dich da an dir ran Sag mal, Riki, willst du mich verarschen, oder? Ich weiß es Du willst uns einfach alle verarschen Dann habe ich so das Nein Oh Gott Warum lässt du mich auch in den Dungeon raus? Ihr Game Over Ihr In zwei Parts Zu Ach, schade Ach, please Nächste halbe Herz weg Geil Wir haben einen Schlüssel Da ist er Warte, 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 oh geil Es geht so Es geht so Ich mach dir die von Mario nach Ist mir klar, aber die passt hier nicht Mann Schrei mich nicht an Es reicht mir Verkackt doch mal die Nein Ah, wusste ich Geil, Riki hat verkackt Oh, aber Ich fand nur zu der Truhe zurück Oh, guck mal Alles cool Alles, Schlüssel, Scheiße Wo ist sie? Ja, warte, Schlüssel So, fühle ich mich witzig Das hast ein lustiger Witz Nieiin! Riki! Ok Ich habe gerade auch gedacht Na? Ich fand das aussehen wie die Handschuhe gerade Ey, ich dachte auch gerade Mit Cornelius Ja Äh, da waren wir auch im dritten Part Richtung Dritter manages Aber wir hatten keine Ahnung, wir sind den ganzen Part rumgeirrt. Geil. Wussten nicht, was los war und dann haben wir irgendwann gedacht, Alter. Alter, hätte ich das gern gesehen. Das kann man nicht hochladen. Das kannst du nur Ricky zumuten, auf seinem Kanal. Das war halt auch so richtig scheiße. Auf Rikis Kanal hätte man das gut hochgeladen, hätten sie gesagt, boah, bestes Video ever. Geil. Woher gebeam? Wo ist das B-Video? Wo ist das B-Video? Mega geil. Ja, ja geil. Ich werde mir nicht noch einen Tod antun. Du stirbst sowieso! Mann! Mein Gott! Jetzt hättest du doch schlagen können! Was ist denn los mit dir? Achtung, Spoiler-Alarm, Ricky kriegt einen Stab. In seiner Hose! Endlich! Auf den wartet er schon lange. Ja, stimmt. Jetzt habe ich auch immer noch einen riesigen Bolzen. Oh, warum lacht ich? Was ist denn los? Weil du eine Niete bist. Es ist wahr. Hi! Ricky eine Niete? Bei dir gibt es keine Niete. Was machst du denn hier? Wolli finde ich super als Name. Ich glaube, ich nenne ihn nur noch Wolli. 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 Weiß nicht. Wie? Wie? Weißt du nicht. Nee, ist nicht so meins. Du hast es, du kamst total selber mit an. Ja. Das war im Moment. In dem Moment erschien mir das richtig. Aber jetzt. Ja, du kennst mich doch. Witz gebracht. Wird ja ausgeschlachtet. Kann man den auch benutzen. Der ist noch gut. Der ist noch gut. Verhaltbarkeitsdatum ist erst drei Tage abgelaufen. Das geht noch. Gibi. Vier Wochen geht noch. Gibi. Gibi. Sehr gut. Ungefähr so läuft das bei mir. Ich hab gedacht, wir machen so eine Challenge noch. Wir versuchen das Ending zu kriegen, das Versteckte. Also ohne zu sterben. Das ist ja schon damit gescheitert, dass ich dich mitspielen lasse. Challenge verloren. Wolli lose. Scheiße. So, jetzt ist es Ende. Okay. Damit ist es vorbei. Verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Haut rein.